Not macht erfinderisch. Kennen wir das Sprichwort? Vor der Corona-Krise hat Sebastian Hermes mit seiner Firma Gebäude gereinigt. Jetzt stellen seine Mitarbeiter und er in Kirchhund im Prachthausen kontaktlose Desinfektionsspender her. So eines hier. Und dafür hat Sebastian Hermes sogar ein Patent angemeldet. Läuft offenbar gut. Und wer weiß, vielleicht hat der Chef demnächst ein Luxusproblem. Wände oder Händereinigen. Oder beides. Sebastian Hermes befestigt noch die letzte Schraube. Dann kann eine neue Desinfektionsspende am Kindergarten in Brachthausen in Betrieb genommen werden. Stella darf ihn heute als erste testen. Die Bedienung Kinder leicht. Für Juliane Behlke eine große Erleichterung. Ich denke, dass das ein Ritual werden wird, dass die Kinder und auch die Eltern sich, bevor sie die Einrichtung betreten, hier desinfizieren können, ihre Hände. Und da, wo Menschen sich begegnen, da berühren die sich auch. Und im Moment vielleicht nicht. Aber wenn sich alles mal wieder ein bisschen beruhigt hat, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, um noch ein bisschen Sicherheit und Schutz zu bieten. Sebastian Hermes und David Hollnack sind die Köpfe hinter dem neuen kontaktlosen Desinfektionsspender. Eigentlich ist ihre Firma seit zwölf Jahren auf Fassadenreinigung spezialisiert. Dann kam Corona. Die Aufträge blieben weg. Sebastian Hermes musste handeln. Die Medien haben sich überschlagen. Die Mitarbeiter waren ein Stück weit verunsichert. Was ist jetzt auch mit uns? Was ist mit unserem Betrieb? Aber wo dann die zündende Idee kam, wir bauen Desinfektionsspender, da können wir eigentlich nur sagen, da waren alle Feuer und Flamme und sind sofort ans Werk gegangen. Auch mit Ideen, mit kreativen Lösungsansätzen. Innerhalb einer Woche war der Prototyp fertig. Direkt danach folgte die Patentanmeldung. Die ersten 700 Stück werden nun produziert. Dass die Produktion überhaupt starten konnte, dabei spielt der Standort Südwestfalen eine extrem wichtige Rolle. Aktuell ist ja nichts lieferbar, weil das meiste auch in Fernost geliefert wird. Und wir können sagen, hier mit unserem Handclean, wir produzieren nicht nur 100% in Germany, sondern drüber hinaus, wir können sagen, 80% der Zulieferer sitzen in Südwestfalen. Es gab aber noch einen weiteren Glücksfall. Die gelieferten Materialien konnten direkt sicher gelagert und verarbeitet werden. Das verdankt Sebastian Hermes, nicht nur seinen Lieferanten. Wir haben uns überlegt, wo können wir produzieren. Bei uns in der Firma ist alles viel zu klein, zu eng. So haben wir kurzerhand den Schützenverein gefragt, weil die Schützenhalle momentan eh leer steht und hier keine Veranstaltungen stattfinden. Und die haben direkt gesagt, ja, machen wir. Und so können wir dem Schützenverein auch noch weiter mit Mietgeldern unterstützen. Eine tolle und vor allem schnelle Lösung. Denn die Nachfrage nach dem Handclean 2020 steigt von Tag zu Tag. Kurzarbeit war und ist kein Thema. Wir haben uns unseren Rettungsschirm selber gespannt und wollen jetzt einfach hier weiter Gas geben und mal gucken, wo die Reise hingeht. Schützenhalle werden wir nicht ewig belegen können. Von daher gucken wir uns jetzt schon nach Alternativen um. Und auch für die Auslieferung wird es in Kürze eine Lösung geben. Doch bis dahin werden die ersten Kunden auch direkt vom Chef höchstpersönlich beliefert. Ja, die sehen wir ja krass aus. So soll es sein. Wo soll man den hinstellen? Am besten mal direkt.